Ich bin einfach den Weg hier runtergegangen. Links oder rechts bei der Gabelung? Absolut, ja. Flippo! Oh mein Gott, ich höre einen. Ich höre einen. Hier seid ihr doch. Warum hast du eigentlich schon eine verzauerte Axt? Haben die von den... von den... Die waren da... Loot Chest. Ah, okay. Er hat sich doch das Beste direkt mitgenommen. Ne, das ist halt Flippo, nicht ich. Flippo, die... Achso, das ist nicht ich. Was ist jetzt eigentlich hier unsere Mission? Suchen wir bei der... Eigentlich wollten wir eine Festung suchen. Digga, was ist das denn? Darauf kannst du reiten. Bitte was? Ja, dann kannst du darauf reiten und über den Lava laufen. Loil. Brauchst du aber einen Sattel für. Flippo, wo bist du hin, Digga? Keine Ahnung, ich bin irgendwie draußen. Okay, irgendwie draußen kann ich auch. Ich baue mich jetzt hier raus. Scheiß, der Hund drauf, Alter. Tschüss, Lukas. Ich wollte wieder hoch. Ich wollte da rein. Ach, du wolltest... Du wolltest wieder hoch, oder was? Okay, dann gehe ich wieder hoch mit Lukas. Ach, da ist Philipp. Hallo. Hi, na? Wo seid ihr? Das geht. Keine Ahnung, das ist richtig kacke hier, weil die zugebaut ist. Normalerweise sind die... Ist das normalerweise nicht so? Ne, normalerweise sind die offen. Normalerweise sind die offen. Da kannst du richtig reingehen und da hast du auch einen großen Raum in der Mitte. Wo seid ihr jetzt hin? Na da. Da ist Lille Wander. Ohlalala. Das ist ein bisschen kacke hier. Aber hier geht es noch rein. Von da kamen wir. Hier war ich noch nicht. Jetzt sind alle mad auf mich. Oh mein Gott. Hinter dir. Hinter dir. Was macht der? Lass das. Lass das. Er hat ein Pickle im Brut geschlagen. Dahinten sind noch Kisten, Flippo. Wo? Ich würde jetzt sagen, bei Rainbow Y-Marker, aber ich baue mich hin. Mittlere Maustaste. Echt? Was auch über uns sind? Guck mal, er will schon, er will schon runter. Traut sich nicht. Hat keine Eier, der Junge. Wer? Was? Wo? Ich hab keine Ahne was. Wohin wollt ihr? Ich geh zu den Kisten. Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Und von oben? Okay. Kommt ihr auch hierher? Hier sind 3 Stück. 3 gegen 3 ist einfach alles. 3 gegen 1. Ich guck zu. War klar. Okay, wir sind auf Lukas getriggert. Lukas, bau dich hoch! Bau dich hoch! Ich hab kein Material! Habt ihr das schon mal gemacht? Okay, ich bin bei den Kisten. Ich mach den Kistenweg wieder zu. Dass da keiner hinkommen kann. Du hast mich runtergeboxt. Oh mein Gott. Goldapfel hab ich gefunden. Ich hab einen. Sind sie heute auch hier? Nein. Ich hab einen Crossbow. Ihr macht das super. Ihr lenkt die super ab. Ja, der schießt auf mich. Alles gut. Ähm. Die brauche ich nicht. Goldboots. Das brauche ich nicht. Ich nehm den Crossbow mit. Pfeile. Hä, was? Wo? Philipp. Block of Iron. Hallo. Blackstone kann weg. Hallo? Was? Hallo? Wo bist du hin? Okay, Leute. Ich hab den Kuhn, Alter. Ich hab die Kisten gelootet. Das ist nichts mehr wertvolles drin. Hier oben war noch Kuhn, Digger. Hä? Hä? Wo bin ich hier? Oh, hier ist der Gast. Ja. Sehr gut, der Gast. Ich probierte, okay? Oh, wow, Alter. Erstmal eine Pilzsuppe drauf. Hier ist noch ein Goldshed drinne. Und ein paar Strings. Alter, lol. Was kommen denn hier für Sounds, wenn man auf diesem Stein läuft? Äh, Soulcent. Da sind Seelen drin. Ist ja richtig creepy. Ja. Flippo. Wo bist du jetzt? Keine Ahnung, wo ihr seid. Ja, wir sind da, wo wir eben waren. Äh. 369 Minus 225 Ich hab grad bisschen was gekillt. Oh. Hast du gehört? 396 ist X Minus 225 Was ist das hier für ne Scheiße? Das ist ein richtiges Scheiß-Ding hier, Alter. Aber die Bastion ist einfach scheiße, weil sie so eingebaut ist. Wenn die offen wäre, wäre es viel leichter. Hey, Vano, wie läuft bei dir? Ja, zweiter Raum wird gerade ausgegraben. Da kommt ne Kuhfarm rein. Okay, ich seh da... Flippo, wo bist du jetzt? Sag mal deine Koordinaten. Ich bin da. Du bist da, okay, dann bin ich auch da. Alter. Ne, da ist ein Lukas, da ist nicht Flippo. Ne. Ich bin hier. Ich bin hier. Ey, wo bist du denn? Ich klauch da. Ich seh dich aber nicht, Flippo. Ich bin aber da. Keine Ahnung, wo ihr seid. Höhe 72. Ja, 77 bin ich. Dann grab dich mal ein bisschen runter. Vielleicht auch ein bisschen hoch. Ne, hier, hier geht's ja weiter. Minus 300... Ne, was bin ich? Keine Ahnung. 362 minus 230, Höhe 73. Kann das sein, dass wir nur ein Ancient Debris aus dem Scheißding kriegen, Alter? Ne, wir haben noch zwei bekommen. Du hast auch eins, oder was? Nein, du hast noch schon ein Scrap Metal, da. Dieses... Ah, Scrap, ja, ja. Hier ist so ein Knochen Tor. Ich bin runtergefallen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was abgeht, aber ich, äh, ich versuche gerade so ein bisschen zu erforschen hier. Du bist runter, ja. Ich bin bei 300. Minus 300. Die zweite. Und verkauft. 300 minus 200? Ja. 100. Ich bin Speed. Wo seid ihr denn längst gerannt, als ihr vor den Viechern weggerannt seid? Überall. Alter, hier ist blaues Feuer. Ja, das ist vollständig. Das ist ewiges Feuer. Oh, oh. Das war schon cool. Ach, Flippo, wir treffen uns einfach bei den... bei Lukas. Nein! Ich werd gesandwiched. Bist du einfach runtergelaufen, Lukas, oder wie sieht's aus bei dir? Oh, fuck. Äh, äh, ich bin irgendwo draußen jetzt. Aber du bist runter... hast dich in der Bastion runtergegraben, ne? Ja. Jetzt die Frage, was heißt irgendwo draußen? Warte. Also irgendwer war hier auch schon draußen. Hier sind ganz viele... Steine und so Kram. Äh... Ja, dann ist das der Shit, wo wir... Ich bin jetzt... 355 und minus, äh, 215. Ja, dann bist du da, wo wir am Anfang reingegangen sind, wo wir die Kisten entdeckt haben. Ne, ich bin auch irgendwo anders. Dann war Flippo da gerade bestimmt. Wir sind so lost. Ja, ich würde sagen, wir sind einfach verloren, Alter. Warte mal. Ich seh deinen Namen, ich seh deinen Namen, warte. Wer ist das? Philipp. Ich hab Kisten gefunden. Ja, da waren wir. Flippung, sehr gut. Garst! Ah! Philipp, warte da, ich komm zu euch. Ich grab mich hoch. Aua. Geht's, Junge. Jawohl! Nice! Fast hier. Easy. Easy. Easy, 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 easy. Okay, Lukas sieht unseren Namen, wir sehen aber seinen Namen nicht. Ich bin unter der Erde, ihr seid... Warte. Ich bin gleich da. Nice, okay. Flippo hier, deine Gast hier. Die sind meine. Weil du ihn getötet hast. Weil du ihn getötet hast. Ja, nehme ich sie mit. Hm. Hm. So. Ich hör was. Ja, ich bin. Ich bin das. Ich grab mich durch den Soulcent. Hello. Ja. Hey. Hey. was sind das für steine hier alle knochen ach so ja natürlich suchen wir einfach weiter jetzt oder wie sieht's aus naja mein inventar ist voll also eigentlich wäre richtung portal ganz geil laufen wir dann richtung portal eigentlich wahrscheinlich nicht jetzt portal gehen und erwarten und dann sage ich euch die kurz wir haben ja die kurz ich verbrenne ich habe vergessen dass pvp an war ich habe nix gemacht wir haben auch keine kisten der flippung macht schnell ich hatte holz mit ihr könnt ja ich bin doch dabei ich lenke ihn doch ab ich hab zwei herzen ich hab goldene karotten ich habe goldene karotten habe ich gerade gefunden keine ahnung wie ich jetzt ruhig kommen soll laufen packt das mal alles ein jetzt ja ich versuche gerade schon den hier irgendwie abzulenken ach der lebt immer noch ja was könnt ihr eigentlich ja tom ist abgehauen ich bin unschuldig nein das bleibt doch nicht hier wir haben alles flippung wenn ein staff wir sammeln ein staff ein also der gast hat einmal aufgeschossen ich weiß nicht ob alles dabei ist ich werde geboxt ich werde geboxt und verfolgt gehen wir das nicht lava schwimmen ihr wichser ich sterbe mach keinen scheiß pack dein staff in sind dein staff ist komplett verbrannt dein staff ist einfach komplett verbrannt benno ja da ist ein creeper da ok mädels was machen wir jetzt in meinem haus ne da hier direkt hier wo bist du du wartest hier da ja ja ich wollte dich nur darauf hinweisen nicht dass der dich auf einmal von hinten irgendwie triggert oder so ja ja passiert eh schon das ist ein mini zombie der greift dich jetzt an oh ich bin ein tenderman bei mir ah der entschwert ok ich bin baue ich baue mich Hilfe ich baue mir jetzt die kiste ein weißt du sowas passiert wenn wir ins nether gehen oder oh 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 ja finne 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 Vielen Dank.